Du warst die ganze Zeit direkt vor meinen Augen, doch ich konnte dich nicht sehen. YouTube aktiv zu sein und andererseits musste ich Sachen für die Schule machen und jetzt habe ich gerade Ferien, es ist der 28.12. natürlich war Weihnachten, ich wünsche euch noch alle frohe Festtage, beziehungsweise war das ja schon, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ich schätze mal bis Silvester wird von mir kein Video mehr kommen und ja, höchstwahrscheinlich fahre ich auch morgen nach Slowenien, sprich in mein Heimatland, sage ich jetzt mal, zu meinen Großeltern, damit wir gemeinsam Neujahr feiern, was mich natürlich jetzt nicht irgendwie sehr freut, weil ich am liebsten mit meinen Freunden feiern würde, allerdings ist es ziemlich schwer, meine Eltern zu überreden, dass ich hier bleibe und ja, ich habe jetzt eigentlich noch andere Gespräche, und zwar habe ich ein neues Mikrofon, wie ihr hört wahrscheinlich an der Audioqualität und zwar ist es das AUNA MB900, heißt es glaube ich, das ist ein Standmikrofon und ich hoffe, die Qualität gefällt euch, ähm, ich habe jetzt vor, öfters mal wieder ein Video zu bringen, allerdings kann ich euch von Anfang an nicht sagen, wie oft und wann ich ein Video bringen werde, es ist ganz unterschiedlich, ich werde jetzt auch wieder öfter Leihcommentaries bringen, wenn es läuft, ich muss mir allerdings noch so ein, ich sag mal so ein Ständer holen für mein Mikrofon und ein Popschutz wäre eigentlich auch ganz interessant, weil bis jetzt habe ich das Ganze noch nicht und ich soll mir das schon irgendwie zulegen, weil dann hört sich das vielleicht nochmal besser an, aber ich hoffe, bis jetzt ist die Qualität eigentlich ganz gut und ich habe das heute Morgen geliefert bekommen, wie gesagt, das ist der 28.12. und ja, ihr könnt gerne auch bei meinem Twitch-Account vorbeischauen, also da war ich in letzter Zeit öfters mal online, beziehungsweise aktiv, ich habe gestreamt, ja, für die, die es interessiert, könnt ihr natürlich gerne mal vorbeischauen, genauso wie auf Instagram, könnt mich auf Snapchat adden, sonstiges wird alles unten in der Videobeschreibung stehen, haut rein, kurz ein, peace out. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.